Das Kabelfernsehen wird in Westdeutschland in diesem Monat abgestellt und wir machen es wie immer ein kleines bisschen eher als andere. Wir machen es heute schon. Wir stellen heute am Ende der Sendung für diese Sendung die Übertragung im digitalen, im analogen Kabelfernsehen ab. Bei uns für das analoge Kabelfernsehen zuständig ist übrigens unser lieber Mitarbeiter Armin. Seit 33 Jahren macht er das analoge Kabelfernsehen im ZDF. Vielleicht einen kleinen Applaus. Armin F. Bass, seit 33 Jahren, seit 1984 zuständig für das Kabelfernsehen im ZDF und auch zuständig für unsere Sendung. Wir schalten mal an seinen Arbeitsplatz. Da haben wir nämlich eine Kamera versteckt und wir überraschen ihn heute, denn er weiß noch nicht, dass heute sein letzter Arbeitstag ist. Gucken wir mal, ob wir ihn ansprechen können. Hallo, nabend Armin. Armin. Hallo, Armin. Ich bin hier. Jan ist hier. Jan Böhmermann aus dem Neomagazin. Wir haben eine Kamera versteckt. Ein kleiner Applaus hier. Das ist Armin. Du bist live im Fernsehen. Das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt hier im Fernsehen. Du bist live im Neomagazin Royale. Ja, super. Super. Darf ich jemanden grüßen? Auf jeden Fall. Klar, darf ich die Zeit haben. Du kannst gerne jemanden grüßen. Nur zu. Ja, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen und meine liebe Familie zu grüßen. Meine Frau Sabine, der ich alles Gute wünsche bei der Chemotherapie. Wir schaffen das noch einmal. Und natürlich viele Grüße an meinen Sohn Stefan. Beiß die Zähne zusammen, Stefan. Nach sechs Jahren bist du mit der Privatinsolvenz durch. Und ganz viele Grüße auch an meine Tochter Marion. Marion, Marion, wo auch immer du gerade bist, wir geben die Suche nach dir nie auf. Auch nach 20 Jahren nicht. Egal, was die Polizei sagt. Ja, und last but not least. Viele Grüße an meinen jüngsten Sohn Thorsten. Beziehungsweise Yusuf Af Al-Mani. So heißt du ja jetzt. Vielen Dank für deine lieben Briefe aus Raqqa. Ja, und ich hoffe, dass das noch was wird mit diesem Kalifat und deinen Vereinsfreunden und dir. Ja, das sind ja ganz liebe Grüße, Armin. Ja, 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 ja. Auch wenn es im Leben nicht immer nur bergauf geht, es ist nicht immer nur Sonnenschein. Man muss positiv bleiben. Man muss das Schöne sehen. Zum Glück habe ich meinen Beruf, der mir und meiner Familie Halt und Kraft gibt. Und die ganze Familie, die ZDF-Familie natürlich, die ist ja auch wichtig für uns, gerade wenn es mal nicht so rund läuft. Ja, Armin, da sind wir auch gleich schon beim Thema. Du hast es schon gehört wahrscheinlich, ne? Nee, nee, nee. Was denn? Das analoge Kabelfernsehen wird abgestellt und du darfst heute selbst den Stecker ziehen. Wie? Wie? Wie das? Das analoge Kabelfernsehen wird abgeschafft? Genau, ab sofort ist alles digital oder in der Mediathek. Das analoge Kabelfernsehen, das war's mit analogem Kabelfernsehen. Vorbei. Ja, aber was mache ich denn dann? Du hast jetzt mehr Zeit für die Familie oder so. Ja, wie? Wie? Ihr braucht mich nicht mehr? Nee, wir brauchen kein analoges Kabelfernsehen mehr. Du als Mensch bist natürlich schon wichtig. Ja, komm jetzt vielleicht zum positiven Teil. Das ganze Team hat, ist mein letzter Tag, wir haben zusammengelegt, wir haben eine kleine Überraschung für dich organisiert als eine kleine Aufmerksamkeit. Eine Schachtel Celebrations und eine Karte und nochmal ein... Ja, wir haben alle unterschrieben auf der Karte, das ganze Team. Vielen Dank, dass du da... Wir werden dich nie vergessen, Harry. Alles Gute. Applaus Direkt Untertitelung des ZDF für funk, 2017